Also, wir sind beim Biot-Savage-Gesetz. Dieses Biot-Savage-Gesetz ist ein sehr wichtiges Gesetz zur Berechnung von Magnetfeldern. Wir haben ja jetzt schon mehrfach gesehen, wie das ist, Magnetfelder entstehen aufgrund von Stromflüssen. Also, auf den Strom kommt es an. Der führt dann zur Ausbildung von magnetischen Feldern. Und wir hatten ja am Anfang dieses einfache Experiment mit dem Örsted-Versuch, geradliniger, dünner Stromleiter. Und da erkannten wir, aufgrund von Beobachtungen mit der Magnetnadel und mit Eisenpfeilspänen, dass da so rund um diesen Leiter herum sich ein magnetischer Feldwirbel ausbildet. Aber es gibt natürlich andere wichtige Leitergeometrien, insbesondere eine Spule oder ein einzelner Leiterkreis, wo also auch das sich dort ausbildende magnetische Feld sehr wichtig ist. Und für ganz allgemeine Leitergeometrien gilt also das Biosavage-Gesetz, das wir uns letzte Woche im Wesentlichen hergeleitet haben. Und dieses Biosavage-Gesetz sagt also aus, dass die magnetische Flussdichte an einem Ort R im Raum, wo wir uns heute gerade befinden, der Aufpunkt dort, wo wir als Beobachter sind und die magnetische Flussdichte beobachten, ist gleich minus µ0 durch 4 Pi mal dem fließenden Strom mal einem Linienintegral. Und dieses Linienintegral, um das kommt man nicht herum, weil es geht ja darum, dass man irgendwelche längst beliebiger Kurven angeordneter dünner Leiter betrachtet. Also haben wir ein Linienintegral über eine Kurve C und diese Kurve C ist halt die Kurve, längs derer dieser dünne Stromleiter im konkreten Fall halt angeordnet ist. Und dann gibt es da drinnen interessanterweise ein vektorielles Produkt und das werden wir uns heute anschauen, wie man damit an der konkreten Rechnung dann umgeht. Und da haben wir also Erbpfeil minus Großerbpfeil Kreuz D Erbpfeil und dann im Nenner steht da noch absolut Erbpfeil minus Großerbpfeil zur dritten. Und meine Damen und Herren, bei jedem Gesetz, bei jeder formellen, formelmäßigen Beziehung ist es natürlich wichtig, dass man auch weiß, was gemeint ist und wie diese Beziehung wirklich zu interpretieren ist. Und da ist einmal eine wichtige Sache, dieses D Erbpfeil beziehungsweise also das, worüber hier integriert wird, das ist ein Linienelement des Leiters. Also das ist ein Leiterelement in Stromrichtung. Und jetzt wollen wir uns zunächst einmal anschauen, bevor wir dann also konkrete Anwendungen davon uns anschauen. Wir werden nicht zu viel rechnen, keine Sorge, wir wollen ja keine Rechenübungen aus der Vorlesung machen. Aber damit man das Bio-Savage-Gesetz einigermaßen einordnen kann, ist schon wichtig zu sehen, wie man damit auch umgehen kann. Und ich bin überzeugt, meine Kollegen, die also die Übungen zu dieser Vorlesung gestalten, die werden dann Ihnen auch weitere Anwendungsbeispiele präsentieren beziehungsweise Ihnen anleiten, dass Sie sich damit dann näher auseinandersetzen. Ich möchte hier jetzt einmal zunächst zwei Gesichtspunkte hier herausnehmen, nämlich einmal, wenn man also dieses Linienintegral betrachtet, dann ist ja das wie üblich so, dass man da über die ganzen Elemente dieses Stromleiters integriert. Und da kann man sich insbesondere einmal anschauen, aufgrund dieser Beziehung, wie schaut denn die magnetische Flussdichte betragsmäßig aus, die einfach herrührt, nur von einem Stromelement. Also, magnetische Flussdichte herrührend von einem Strom Element d r-Pfeil. Längst dieser Kurve entlang der eben also dieser Leiter verläuft. Und da gilt natürlich, wenn man sich das anschaut, dass der Betrag dieser magnetischen Flussdichte, die ich jetzt d-B-Pfeil bezeichne, die halt von einem Leiterelement, Stromelement, d-R-Pfeil herrührt. Dass wenn man sich das da so anschaut, wozu ist das also proportional? Na, einerseits natürlich proportional zum Strom I, naja, der ist sowieso konstant für unsere Bedingungen, aber dann sehen Sie, wenn man da von diesem Integranden da hier den Betrag bildet, dann bleibt da ein absolut r- groß r mal absolute r mal dem Kosinus eines eingeschlossenen Winkels, aber jedenfalls dann noch absolut und nennen absolut r-r-r-3. Das heißt, das wird proportional sein durch 1 durch absolut r- groß r- zum Quadrat, weil da oben haben wir einmal den Betrag r- groß r und da haben wir den Betrag r- groß r- zur dritten und da bleibt ein 1 durch r-Quadrat. Und siehe da, jetzt hier an dieser Stelle gibt es wieder das, was wir bis jetzt bei den Magnetfeldern gar nicht gehabt haben, nämlich eine 1 durch r-Quadrat Abhängigkeit analog wie bei elektrischen Punkt Ladungen. Aber vergessen Sie nicht, wir betrachten da ja auch nur ein Stromelement das ist ja von der Geometrie her wie ein Punkt, der umgeben ist dann von dem Feld, nur das gibt es ja nicht, nur ein isoliertes Stromelement. Und wenn man dann letzten Endes das Feld eines ganzen Leiters betrachtet, das werden wir gleich anschließend durchführen, sehen Sie, dass dann doch wieder die 1 durch r-Abhängigkeit herauskommt, wie man sie bei dieser Zylindergeometrie rund um einen makroskopischen geradlinigen Stromleiter eben erwarten würde. Also ich möchte hier nur erklären, woher es zu diesem 1 durch r-R3 kommt, r-R3, weil eben da, wenn man den Betrag bildet, das dann sich gegen das eine wegkürzt und es bleibt ein absolut r- minus groß r-R2 Wir hatten eine ähnliche Formulierung auch beim Kolombischen Gesetz, wenn wir es vektoriell anschreiben wollen, da konnte man entweder schreiben den Betrag und dann mal r-Dach, wenn r-Dach der Einheitsvektor längs der Verbindung ist, oder man schreibt mal den Verbindungsvektor durch den Betrag des Verbindungsvektors und dann hatten wir ein 1 durch r-Quadrat mal den Betrag ein 1 durch R-R3 ganz ähnlich wie hier auch. Was aber noch wichtiger ist, und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, ist, dass man sich das Ganze auch geometrisch klar macht. Also ich schreibe hierher geometrische Situation. Und da zeichnen wir uns halt einmal so einen Leiter auf irgendeinen. Der liegt also meinetwegen da irgendwie halt so und in diesem Leiter fließt ein Strom in. Und es interessiert uns eben mit Hilfe des Bios-Avarschen Gesetzes das Magnetfeld rund um einen derartigen Leiter zu bestimmen, zu berechnen. Und da müssen wir natürlich die Situation einmal klar machen. Dann nehmen wir mal zum Beispiel hier den Ursprung unseres Koordinatensystems an und da betrachten wir also ein solches Leiterelement, ein Stromelement dieses Leiters, das ist ein DR-Pfeil. Das ist ein Hütchen, das das ein bisschen nach hinten zeigt. Das ist das D Groß R Pfeil, Groß R, über was hier auch integriert wird, das ist eben hier der Stromleiter, der da gemeint ist und der Vektor Groß R Pfeil selbst, das ist der Ortsvektor des jeweiligen Stromelementes. Und andererseits befinden wir uns dann als Beobachter irgendwo hier an einem Aufpunkt P und der hat jetzt den Ortsvektor Klein-R Pfeil und uns interessiert die magnetische Flussdichte an der Stelle, wo wir als Beobachter sitzen und wollen wissen, wie groß eben dort das B-Pfeil ist, herrühren von dem ganzen Stromleiter und zunächst einmal nur herrühren von diesem einen Stromelement hier. Und da kommt es natürlich darauf an, dass es da einen Verbindungsvektor gibt. Das ist da wieder so ein Hütchen, das nach hinten zeigen soll. Das ist in der Tafel Ebene da ein bisschen drinnen. Dieser Verbindungsvektor von dem Stromelement zum Beobachter, zum Aufpunkt, das ist das Klein-R-Pfeil. Das hat eine ganz klare Interpretation. Das ist eben der Verbindungsvektor von dem jeweiligen Stromelement, das zu einem entsprechenden Magnetfeld führt, bis hin zu dem Aufpunkt P, wo der Beobachter sitzt und wo ich gern weiß, wissen würde, wie groß dort eben die magnetische Flussdichte ist. Und jetzt ist also die Frage, was wird also da für eine Flussdichte daraus entstehen? Und da sieht man ja, da braucht man sich nur anschauen, wozu denn also dieses DB-Pfeil an dieser Stelle dort proportional sein wird. Und da ergibt sich sofort aus diesem Biosavage-Gesetz, scheinbar das auch wieder mit einer Proportionalität, aber jetzt vektorell nicht Betrag, dieses DB-Pfeil wird einfach proportional sein zu dem Zähler, der da oben drinnen steht. Alles andere sind ja Konstanten. Dieses µ0 durch 4 Pi mal i, da fließt ein bestimmter Strom, dieses absolut R minus groß R zur dritten, na i sitz da, da ist das Leiterelement, der Betrag ist hier auch konstant, aber dieses R minus groß R kreuz dr Pfeil, das gibt uns jetzt die Richtung dieses Vektors DB-Pfeil an, der nur von diesem Leiterelement her rührt. Naja, und schauen wir, da steht minus R minus R kreuz dr Pfeil. Da können wir das umdrehen, tun wir uns leichter, geht das minus weg und es bleibt dr Pfeil kreuz und dann R minus groß R. Das gibt Ihnen an, die Richtung und auch den Orientierungssinn dieses Vektors DB-Pfeil, der magnetischen Flussdichte herrührend von diesem einen Leiterelement. Und wenn man es dann komplett haben will, muss man einfach nur über alle Leiterelemente summieren beziehungsweise eben integrieren, wenn wir das genau machen, wie mit immer feineren Einteilungen, so wie das ja üblich ist, immer beim Integrieren. Naja, schauen wir mal, da sehen Sie jetzt aber, da kommt jetzt was Wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Wir haben hier ein Vektorprodukt, das wird Ihnen bis jetzt vielleicht noch nicht so wirklich schlecht aufgestoßen sein, aber jetzt müssen wir uns darüber im Klaren sein, wo es also wirklich darum geht, das konkret zu interpretieren, dass wir mit dem Vektorprodukt auch so eine Merkwürdigkeit uns einhandeln, da gibt es wieder so Geschichten mit rechts und links, linke Hand, rechte Hand, Rechtssystem, Linksystem, es, die Regel, wie also so ein vektorielles Produkt orientiert ist, geht ja so, dass wir sagen, die Vektoren, also man gleich A Kreuz, B ist C, dass die drei Vektoren A, B und A Kreuz B so aufeinander folgen, wie die drei Basisvektoren, die man betrachtet. Jetzt habe ich heute die rechte Hand genommen, aber wählt man als Basisvektorsystem ein Links Basisvektorsystem, dann hat man so A, B und A Kreuz B und das ist natürlich ein bisschen anders, in beider, das geht schon, man muss nur erwarten, wie ist das so, müssen Sie selber ausprobieren, ach, ganz einfach ist es nicht, also A, B und A Kreuz B, im einen Fall zeigt er rauf, im anderen Fall zeigt er runter, sehen Sie das, kann man das erkennen, A ist der Daumen, B ist der Zeigefinger, C ist der Mittelfinger, A Kreuz B und klarerweise geht das beim einen rauf, beim anderen runter, das haben halt die Hände so an sich, das ist eben so, also ich glaube, Sie können sich das schon irgendwie klar machen, woran Sie aber diesen merkwürdigen Pseudo-Charakter des vektoriellen Produktes erkennen, den man dann wieder in der Tensorrechnung erklären kann, mit Hilfe des Epsilon-Tensors, das wollen wir da nicht weiter ausführen, nur jedenfalls wichtig ist, da kommt ein solches vektorielles Produkt vor und wir müssen also, damit wir da konkret weiterkommen können, etwas festlegen, beziehungsweise bezüglich der Wahl des Basisvektorsystems, an sich ist man ja da frei, nicht, man kann ja so oder so, aber damit das irgendwie einheitlich ist, nehmen wir halt jetzt an, wir haben ein Rechtssystem. Wahrscheinlich kommt es daher, dass das so gern gewählt ist, weil man oft mit der rechten Hand schreibt, aber das schreiben auch nicht alle mit der rechten Hand, also es gibt nicht wirklich eine logische Begründung, ich mache es halt jetzt so, weil man es auch in der Literatur sehr häufig so findet und dasselbe geht genauso mit einem Linksystem. Also wenn man also jetzt ein Rechtsbasisvektorsystem mit den drei Basisvektoren entsprechend da so irgendwo wählt, da bei dem Ursprung, dann ist klar, wie das jetzt ausschauen wird, denn das db ist jetzt proportional dr kreuz r minus r. Na schauen Sie, wie schaut das aus? dr kreuz r minus r geht so hinauf. Das heißt, das db zeigt da so nach oben. db-Pfeil. dr kreuz dr kreuz r minus r senkrecht auf beide und so nach oben da hinauf. So schaut dieses db-Pfeil aus, steht also senkrecht insbesondere auf dieses r minus r. Und daran sehen Sie schon, wenn Sie sich jetzt da ein bisschen woanders hinsetzen, dann geht das auch so weiter, dass wir hier, wenn der Strom in der Richtung da fließt, die Orientierung eines Feldwirbels kriegen da so herum, rundherum. Wenn ich jetzt von da so schaue, dann sehe ich, dass das eine Uhrzeigersinnbewegung ist. Und eine Rechtsschraubenregel bedeutet dann, wenn ich da eine Rechtsschraube so drehe, bewegt sie sich in der Richtung, in der der Strom fließt. Also auf diese Art und Weise hat man hier die Rechtsschraubenregel für das Magnetfeld, für den magnetischen Feldwirbel in der Umgebung dieses Stromleiters. Man kann das auch noch schöner machen, indem man einfach nur die rechte Hand nimmt, es kommt aufs Gleiche und die so legt, dass der Daumen in Richtung des Stromes zeigt, dann wird das Feld so rundherum gehen. Das ist sehr angenehm, diese rechte Handregel. Ist aber genau dasselbe, wie wenn ich sage, wenn sich das so im Uhrzeigersinn dreht, dann geht der Strom in die Richtung. Also können Sie sich das vorstellen, wenn der Strom da so fließt und Sie wollen wissen, in welcher Richtung ist jetzt der Feldwirbel orientiert, dann müssen Sie festlegen, was für ein Rechtssystem wird es. Also rechte Hand, da so, rechte Hand, die da. Und wenn man die also jetzt da so legt, dass der Daumen in die Stromrichtung geht, dann zeigen die anderen vier Finger so, wie das magnetische Feld seinen Feldwirbel rundherum macht. Ist das jemandem unklar? Merken Sie sich, das Zeitlebens ist. Es ist ganz einfach, denn die rechte Hand oder die linke hat man ja immer bei der Hand und können es also jederzeit nicht sofort also sich klar machen, wie da die Feldorientierung in der Umgebung eines solchen stromdurchflossenden Leiters bestimmt werden kann. Aber was natürlich besonders wichtig ist und das habe ich jetzt noch gar nicht so betont, ist, wenn ich also jetzt eine Spiegelungstransformation in ein Linksbasisvektorsystem mache, was ich ja auch darf, warum bitte nicht, dann sollte man doch meinen, dass dieses System das völlig egal sein muss, was ich für ein Basisvektorsystem verwende, um dieses System zu beschreiben, ist dem System selber reichlich wurscht. Naja, wenn ich aber jetzt ein Linksbasisvektorsystem mache, dann muss ich die Hand verwenden, der Daumen zeigt, wie der in Richtung des Strom ist, jetzt geht das Feld dann in die Gegenrichtung, das heißt, da würde der Vektor nach unten zeigen. Das ist aber doch eine mittlere Katastrophe. Jetzt zeigt das Feld auf einmal in die andere Richtung, obwohl sich nichts physikalisch geändert hat. Also, das hätte man zum Beispiel beim elektrischen Feld nicht erwarten können, weil da war das ja ganz einfach, Kraft ist gleich Kummer eh, und da würde sich ja dann die Kraft umdrehen, und das wäre schon eine mittlere Katastrophe. Wenn nur danach, was ich für ein Basisvektorsystem verwende, jetzt auf einmal dieses System eine andere Kraft hat, wenn das bei der Schwerkraft wäre, stellen Sie sich vor, wir machen eine Spiegelungstransformation, wir bieten alle an der Decke da oben. Also, das kann ja so nicht sein. Und der entscheidende Punkt hier ist, und das besprechen wir dann morgen genauer, ist, dass eben der Zusammenhang zwischen dem magnetischen Flussdichte-Vektor und einem dazugehörigen Kraftvektor dann auch einen solchen Pseudokarakter aufweist, sodass dann letzten Endes die Größen, auf die es dann ankommt, die Kraftwirkungen davon wieder unbetroffen sind. Aber es ist ganz, ganz wesentlich, und das sollten Sie sich gleich an der Stelle klar machen, und morgen bei der Lorenzkraft wird das recht klar, dass der magnetische Flussdichte-Vektor ein Pseudovektor ist, oder ein axialer Vektor, so wie die Winkelgeschwindigkeit, erinnern Sie sich im Wintersemester an die Winkelgeschwindigkeit, das Omega-Pfeil, da haben wir da auch gesagt, im Rechts-Basis-Vektor-System zeigt das so nach oben und im Links zeigt das dann, dass es wieder so geht so nach unten, ist aber dieselbe Drehung, nur dieser Winkelgeschwindigkeits-Vektor, der so quasi die Drehung symbolisiert, der schaut einmal durch hier und da, macht aber nichts, weil wenn man das dann wieder mit den Vektorprodukten richtig rechnet, kommt wieder immer die richtige Fliehkraft und Geschwindigkeit und so weiter heraus. Das ist es heute, dass wir in der Physik gelegentlich solche Pseudo-Vektoren haben und zwar nicht nur irgendwelche so ganz Outsider, so Exoten, sondern ein bisschen der Winkelgeschwindigkeits-Vektor ist doch kein Exot, der kommt und unterbrochen vorwärts und irgendwelche Drehbewegungen geht und beim elektromagnetischen Feld, also der Magnetismus, so ein Exot ist der Magnetismus auch nicht und der wird durch einen Pseudo-Vektor beschrieben, während die elektrischen Felder durch einen polaren Vektor. Das ist eine merkwürdige Kombination, dass also das ganze elektromagnetische Feld durch einen polaren Vektor, den E-Vektor und einen axialen Vektor, den B-Vektor gemeinsam also charakterisiert wird. Diese Sache löst sich dann erst wieder bei der vierdimensionalen Schreibweise auf, weil da sieht man dann, dass die bei dem 4x4-Tensor dann so angeordnet sind, dass man aufgrund des Transformationsverhaltens gleich sieht, wo also die polaren und axialen Teile sind. Aber das wollen wir uns jetzt nicht näher überlegen. Ich gebe Ihnen nur schon jetzt an, dass man das alles in eine sehr geschlossene Form bringt. Aber es ist letztlich auch das mit den Maxwell-Gleichungen schon wirklich sehr geschlossen. Ist Ihnen diese Geometrie verständlich? Gibt es zu dem, was ich da aufgezeichnet habe, irgendeine Frage, was Sie nicht verstanden haben? Na gut, dann wissen Sie also jetzt schon ziemlich genau, wie dieses Bio-Savage-Gesetz also wirklich anzuwenden ist. Und jetzt wollen wir also spezielle Magnetfelder betrachten. Jetzt sind wir also in die Situation, dass wir da konkrete Anwendungen dieses allgemeinen Formalismus besprechen können. und bei spezielle Magnetfelder wollen wir zunächst naturgemäß das Einfachste, was uns eben da so einfällt, jetzt hernehmen wieder, und zwar den geradlinigen Stromleiter. Und zwar wählen wir aber jetzt halt einmal einen Stromleiter, der auch eine gewisse ähnliche Dicke hat. Also ein zylindrischer Stromleiter. Sie werden sich vielleicht aus der Elektrostatik noch erinnern, dass wir in der Elektrostatik die Felder in der Umgebung von Hohlkugeln und Hohlzylindern und so meistens nicht so unmittelbar und direkt durch Lösung der Poisson Gleichung bestimmt haben, sondern wir konnten auf dieses sehr praktische und oft anwendbare Gauss'sche Gesetz zurückgreifen. Und Sie werden jetzt sehen, diese Rolle übernimmt also bei den Magnetfeldern das Ampere'sche Gesetz. Und man kann also zum Beispiel dieses Magnetfelder in der Umgebung eines zylindrischen Stromleiters auch ohne dieses Bio-Savar'sche Gesetz mit Hilfe dieses Integralen Gesetzes ausrechnen und zwar eben des Ampere'schen Gesetzes. Schreiben wir Anwendung des Ampere Gesetzes. Sie werden vielleicht enttäuscht sein und sagen, jetzt haben wir uns das alles angedauert mit diesem blöden Bio-Savar'schen Gesetz, jetzt kommt er erst mit dem Ampere'schen Gesetz daher. Nein, nein, nicht nur. Wir werden dann anschließend noch einmal den geraden Stromleit hernehmen und werden ihn dann, allerdings dann einen dünnen, das tun wir dann nicht mit zylindrisch, einen dünnen Stromleit hernehmen und den dann mit dem Bio-Savar'schen Gesetz anschauen, sodass Sie also wirklich die Bandbreite dessen, was man damit machen kann, an einfachen Beispielen kennenlernen. Dass das natürlich dann für kompliziertere Beispiele auch geht und dass das dann umständlicher und mehr zum Rechnen ist, das ist natürlich logisch. Also wir schauen uns das jetzt einmal hier an, diesen zylindrischen Stromleiter unter Verwendung des Ampere'schen Gesetzes. Erinnern Sie sich noch, was das Ampere'sche Gesetz ist? Da sind wir davon ausgegangen, wir haben einen Stromfluss und um den rundherum betrachten wir eine geschlossene Kurve, die diesen Strom einschließt sozusagen, da tritt er durch. Und längst dieser geschlossenen Kurve bilden wir das Integral BDR, machen noch ein 1 durch Minull und nennen das die magnetische Spannung. Und diese magnetische Spannung 1 durch Minull Integral BDR längst dieser geschlossenen Kurve stellt sich heraus, oh Wunder, ist zahlenwertmäßig und wirklich einfach gleich dem Strom, der durch diesen Leiter, durch diese geschlossene Kurve eben hindurch fließt, die von dem eingeschlossen wird. Also UM ist gleich I in besonders einfacher Weise dieses Ampere'sche Gesetz eben formuliert. Und das wollen wir also jetzt anwenden auf diesen Leiter. Und da macht man jetzt auch wieder was Ähnliches. Sie werden schon sehen, es ist recht ähnlich, im Prinzip analog zu dem in der Elektrostatik, aber halt doch ein bisschen anders. Wir schauen uns zunächst einmal den Außenraum. Den Außenraum dieses Leiters, dieses zylindrischen Stromleiters an. Wobei man natürlich jetzt einmal noch sagen muss, dieser zylindrische Stromleiter, bei dem muss man auch was festlegen. Wenn er zylindrisch ist, ist er auch geradlinig, weil Zylinder sind so geradlinig. Aber wir geben noch an, den Radius bezeichnen wir als R0, der Radius dieses zylindrischen Stromleiters. Und im Außenraum, das ist also die Situation, wenn R größer gleich R0 ist. Die Distanz von der Achse dieses zylindrischen Stromleiters ist das R und das ist größer als R0. Also das können wir uns ja aufzeichnen. Wenn wir also da den Stromleiter mit Radius R0 hier haben, der geht da so zylindrisch da fließt der Strom durch und dann betrachten wir also eine Kurve einen Kreis um diesen Stromleiter herum und der hat dann den Radius R und R ist größer gleich R0 und R0 ist der Radius dieses zylindrischen Stromleiters. Also wir betrachten einen solchen Kreis K mit Radius R der diesen zylindrischen Stromleiter umfasst. Und da können wir natürlich die magnetische Spannung längs dieses Kreises ausrechnen. Magnetische Spannung längs dieses Kreises K Definitionsgemäß dieses UM haben wir definiert als 1 durch ±0 Ringintegral längs dieses Kreises K B Pfeil Dr Pfeil Naja und das ist natürlich jetzt leicht auszurechnen weil aus Symmetriegründen ist klar da wird also irgendwie so dieser magnetische Flussdichte Vektor sein das läuft da so herum und nachdem das überall den gleichen Abstand R hat hat überall den gleichen Betrag und dementsprechend können wir das also so umformen weil das B Pfeil und das Dr Pfeil da haben wir ja da so ein kleines Wegelement da Dr Pfeil die sind immer parallel zueinander dadurch können wir da ganz einfach schreiben das ist wieder 1 durch ±0 und da bleibt dann nichts anderes stehen als der Betrag von B mal dem Kreisumfang 2 Pi R mal B indem man über alle diese Leiterstücke da aufsummiert und das B einmal zuerst aus diesem Integral heraus geholt hat und wenn man also jetzt das Amper Gesetz anwendet gemäß Ampere gesetzt ergibt sich also jetzt dass dieses Um gleich ist also erhalten wir damit das ich habe es ja da schon hergeschrieben dieses Amper gesetzt gilt also dass das Um 1 durch ±0 mal 2 Pi R mal B gleich ist dem fließenden Strom I der also da in diesem Leiter drinnen fließt und damit können wir natürlich sofort das B ausrechnen und kommen auf etwas was wir eh schon wissen Folgerung das B betragsmäßig ist dann also gleich ±0 kommt rüber 2 Pi hinunter ±0 durch 2 Pi und dann bleibt stehen mal dem Strom I der steht ja schon da durch den Abstand R das ist ja unsere Ausgangsbeziehung gewesen mit der wir überhaupt die ganzen magnetischen Phänomene begonnen haben das war unmittelbar anschließend an die experimentellen Befunde des des Örstate Versuchs sind wir ja zu einer derartigen Beziehung als empirische Ausgangsbeziehung gelangt und alles weiter hat sich ergeben natürlich jetzt umgekehrt wenn man jetzt wieder das Amperger Gesetz anwendet muss das natürlich auch wieder herauskommen Sie sehen also wie man das in diesem konkreten Fall machen kann das ist damit eigentlich gar nichts Neugs zunächst aber das ist es nur für den Fall R größer gleich für den Außenraum und jetzt was also ein bisschen was zusätzliches für Sie ist ist wenn wir uns jetzt anschauen was passiert wenn wir den Innenraum betrachten im Innenraum ist natürlich dann das R kleiner gleich R0 Naja da haben wir die gleiche Sache nur da ist also dann nehmen wir auch wieder einen solchen Kreis an aber jetzt betrachten wir einen Kreis mit Radius R kleiner gleich R0 betrachten Kreis K mit R kleiner gleich R0 das ist ein Kreis der dann vielleicht zeige ich den Rot ein der halt dann in dem Leiter da drinnen liegt da so das ist jetzt unser Kreis K mit einem Radius R der kleiner gleich R0 ist oder hätte ich mal da einzeichnen können so einen kleinen Kreis betrachten wir der im Inneren dieses Leiters liegt und auch konzentrisch zur Leiter Achse verläuft und da wollen wir auch wiederum die magnetische Spannung längst dieses Kreises anschauen naja das UM rechnet sich ganz gleichermaßen aus wie vorhin das ist wieder so wie es da schon steht 1 durch 0 mal 2 Pi R mal B wobei das B eben jetzt die magnetische Flussdichte da im Inneren ist das ist dieses B was dann da drinnen hier vorhanden ist aber ansonsten ist ja völlig die gleichartige die gleichartige Argumentation wieder mit dem 1 durch Minull Ringitekal B Dr führt genau auf dieses 1 durch Minull mal 2 Pi R mal B denn auch hier ist das B betragsmäßig immer gleich und immer proportional zu die R also das kommt einem so heraus aber wesentlich ist jetzt dass der von diesem kleinen Kreis umschlossene Strom nicht mehr der ganze Strom in dem Leiter ist wir nehmen an übrigens dass also jetzt der Strom in dem Leiter überall homogen verteilt ist also die Strom Dichte soll über den Querschnitt des Leiters Konstant sein angenommen Strom Verteilung homogen über den Querschnitt naja dann kann man aber relativ leicht ausrechnen wie groß denn jetzt der von K umschlossene Strom ist von dem K umschlossener Strom wir nennen den I R weil es geht ja um einen Kreis mit Radius klein R der rote Kreis da R kleiner gleich R Null wir Strom pro Flächeneinheit das ist die Strom Dichte mal eben der Fläche dieses Kreises K da hier na der Strom Flächeneinheit das ist der gesamte Strom durch die Fläche des Leiter Querschnittes das ist Pi R Null Quadrat das ist jetzt die Strom Dichte Strom pro Querschnitt Flächeneinheit und das multiplizieren wir jetzt mit dem mit der Fläche dieses rot gezeichneten Kreises und das ist Pi mal R Quadrat das ist jetzt dann der Strom der von dem Kreis K umschlossen wird ein Teil des gesamten Stroms da da fällt natürlich das Pi heraus und das bleibt stehen I I mal R Quadrat durch R Null Quadrat und damit haben wir aber wieder alles was wir brauchen um das Ampere'sche Gesetz anwenden zu können weil das gilt nach wie vor die magnetische Spannung ist gleich dem von dieser geschlossenen Kurve umschlossenen Strom der Strom der von K umschlossen wird ist ist eben der und daher ergibt sich jetzt wieder gemäß Ampere-Gesetz dass das Um gleich ist na das Um steht da 1 durch 1 durch µ Null mal 2 Pi R B das ist das Um ist gleich aber dem I R jetzt das geht ja nur um den Strom der von dem Kreis umschlossen ist und das ist gleich I mal R Quadrat durch R Null Quadrat und da fällt also ein R heraus und es bleibt dann stehen dass das B gleich ist was bleibt über da bleibt noch so ein 2 Pi über also µ Null einmal das B das µ Null kommt auf die andere Seite und dann kommt ein 2 Pi noch hinunter zu in dem Nenner mal 2 Pi und dann bleibt gleich dieses R Null Quadrat stehen und was bleibt dann noch stehen I mal R I mal R das nimmt also zu jetzt mit dem Radius R weil ja je größer der Radius wird auch der umschlossene Strom immer größer wird und mit dem umschlossenen Strom zusammenhängen ist eben dann das magnetische Feld das sich hier ergibt und das ist eine ganz interessante Geschichte der Feldverlauf den möchte ich da jetzt noch vielleicht da oben hinzeichnen wo ein bisschen Platz ist der Feldverlauf schaut jetzt folgendermaßen aus wir tragen da den Betrag der magnetischen Flussdichte gegen die radiale Komponente auf also gegen den radialen Abstand und da haben wir R Null das ist der Radius des Stromleiters bis dorthin also für R kleiner gleich R Null das ist ja das was wir hier bei B angenommen haben geht dieses B proportional zu R hinauf denn Mü Null ist konstant 2P ist konstant R Null ist konstant der Strom ist dasselbe geht einfach proportional zu R hinauf da schaut die Abhängigkeit so aus und jenseits dessen fällt es wie man hier sieht mit I durch R mit 1 durch R ab und man hat also da hier so einen Verlauf das ist proportional R das ist proportional zu 1 durch R und jetzt ist natürlich noch wichtig anzuschauen ob die auch wirklich da an der Oberfläche des Leiters zusammenpassen da setzen wir R gleich R Null wenn wir da R gleich R Null setzen dann haben R durch R Null durch R Null Quadrat bleibt ein 1 durch R Null stehen und wir haben R gleich R Null setzen wir ebenso R Null durch 2 Pi I durch R Null Gott sei Dank so wie es ja auch sein muss stimmt das an der Leiteroberfläche zusammen das heißt im Inneren des Leiters nimmt die Flussdichte vom Zentrum bis zur Oberfläche des Leiters zu um dann anschließend proportional mit 1 durch R zurückzugehen den äußeren Abfall das konnte man schon aufgrund der Örstedtschen Beobachtungen sehen in den Leitern hinein kann man nicht so leicht aber das ergibt sich dann eben aus dem Amperschen Gesetz der wesentliche Punkt hier ist das Ampersche Gesetz bezieht sich immer auf den Strom der von der entsprechenden geschlossenen Kurve die im Amperschen Gesetz vorkommt eingeschlossen wird wenn man die Kurve aber kleiner macht als der ganze Leiter dann betrifft nur das und mehr nicht und man kann mit konsequenter Anwendung des Amperschen Gesetzes dann eben auch die magnetische Flussdichte für solche Bereiche innerhalb des Leiters ermitteln und natürlich auch hier gibt es dann wie schon im allgemeinen Fall dann die Rechtsschraubenregel weil was da für so eine geschwungene Stromverteilung gilt es gilt natürlich als Recht da wenn sie einen geradlinigen Stromleiter haben auch da haben sie wieder das sind die Beträge aber die Orientierung kriegen sie wieder nach der rechten beziehungsweise linken Handregel und haben damit alle Informationen um das Magnetfeld innerhalb und außerhalb eines geradlinigen zylindrischen Stromdorfflosser und Leiters zu ermitteln Voraussetzung ist nur dass die Stromverteilung über den Querschnitt des Leiters homogen ist das ist nicht in allen Fällen gegeben wenn das nicht der Fall ist ändern sich natürlich diese Bedingungen aber für außerhalb des Leiters macht es keinen Einfluss weil dann haben sie ja schon einen Kreis der den Leiter umfasst und da geht sowieso der ganze Strom I durch egal wie der jetzt über den Leiter Querschnitt konkret verteilt ist so aber jetzt und es ist noch immerhin wir haben 25 Minuten schauen wir uns noch an wie das mit dem Bioser Warschengesetz geht wir machen also noch einmal einen geradlinigen aber als dünnen dünner geradliniger Stromleiter aber jetzt brauchen wir natürlich keinen Radius angeben wenn er dünn ist dann der Radius vernachlässigbar klein und Länge brauchen wir auch keine angeben er ist unendlich lang also diese typischen Sachen die man halt in der Physik macht damit man sie leicht wird beim Rechnen also ein dünner geradliniger Stromleiter wird betrachtet und jetzt wollen wir das unmittelbar darüber aufgeschriebene Sapio-Savarsche Gesetz dafür auch anwenden aber das ist eben wichtig bei derartigen Anwendungen das geht erst dann sinnvoll wenn man sich jetzt dann wirklich im Einzelnen über die Geometrie klar wird und da wollen wir also die Sache mal so richtig schön geometrisch uns klar machen wir legen jetzt für unsere Zwecke den Leiter da so senkrecht an ja ist ja wurscht wie er ist um die Gravitation geht es ja sowieso nicht wir können ja nicht irgendwie legen wir legen die Z-Achse in den Leiter hinein und die Z-Achse möge in Richtung des Stromes I zeigen es fließt ein Strom durch diesen Leiter hindurch und wir befinden uns jetzt irgendwo in der Umgebung dieses geradlinigen dünnen langen Stromleiters an einem solchen Punkt P dem Aufpunkt dort sind wir und dort bleiben wir jetzt und schauen uns an was dort jetzt insgesamt durch den ganzen Leiter hier für ein Magnetfeld entsteht was alle diese Leiterelemente aus denen er sich zusammensetzt eintragen wenn man da aufintegriert und dann das gesamte Magnetfeld herauskommt naja da ist einmal eines klar wir können da nehmen wir wieder an ein Rechtssystem Sie werden sich denken ich sollte einmal zur Abwechslung ein Linkssystem wählen aber irgendwie ist es schon ganz gut wenn man das hier irgendwie so in einer Richtung so festlegt dann kann man sich das besser vorstellen also Stromrichtung so geht das Feld das wird also da so in die Tafel Ebene wohl hinein zeigen da wird also da so irgend so ein Vektor da in die Tafel hinein zeigen und wir werden das Ganze gleich näher uns klar machen das Hütchen heißt der geht da hinein ich kann es nicht anders zeichnen wir betrachten als nächstes den Fußpunkt einer Senkrechten auf den Leiter vom Beobachtungspunkt aus den Fußpunkt wählen wir jetzt als Ursprung können wir ja machen weil wir sitzen eh fest auf diesem Aufpunkt da wo wir das Feld betrachten wollen da gehen wir jetzt nicht weg und daher können wir das ruhig da zum Ursprung wählen Na klarerweise weil es da eine normale drauf ist hat man da einen rechten Winkel und jetzt wollen wir davon ausgehen dass wir also ein gewisses Stromelement betrachten an dieser Stelle und an dieser Stelle haben wir dann anschließend das Stromelement dr-Pfeil und die Stelle wird beschrieben durch den Vektor R-Pfeil haben wir ja allgemein gehabt Groß-R-Pfeil ist der Ortsvektor des Stromelementes Na die Stromelemente liegen da alle so aufgefadert natürlich alle schön parallel Groß-R-Pfeil ist der Ortsvektor dieses Stromelementes was eben durch den Vektor D-R-Pfeil hier dargestellt ist Na das Klein-R-Pfeil das von dem Ursprung da herüber zeigt Das Klein-R-Pfeil das ist der Ortsvektor des Beobachtungspunktes des Aufpunktes da wo wir also sitzen Na der geht daher in die Richtung Na und dann gibt es natürlich ein Klein-R-Groß-R das zeigt so Klein-R-Groß-R das ist der Vektor der vom Stromelement zum Beobachtungspunkt hingeht vom Stromelement zum Beobachtungspunkt P hin Klein-R-Groß-R und sie haben ja hier Groß-R plus Klein-R minus Groß-R ist Klein-R das passt hier so zusammen Also so schaut da die Geometrie für unsere Betrachtung aus Und sie sehen einmal gleich Der Betrag von R-Pfeil Das ist einfach Z Wenn da der Ursprung ist und das die Z-Achse Der Betrag von R ist einfach Z in unserem Koordinatensystem Und daher ist der Betrag von D-R-Pfeil Gleich D-Z Z und D-Z Dann haben wir noch den Betrag von Klein-R-Pfeil Und den bezeichnen wir einfach als Klein-R Und Klein-R ist nichts anderes als der Abstand Den ich als Beobachter gewählt habe von diesem geradlinigen Stromleiter Also eine vorgegebene Größe Und dann haben wir noch den Betrag von Nein Den Betrag von Klein-R-Groß-R Das nennen wir jetzt einmal Klein-S Diesen Abstand da hier Und letzten Endes wollen wir den Winkel noch Den Namen Alpha geben Und wir müssen ja letzten Endes über alle diese Leiterelemente D-R von Minus-Unendlich bis Plus-Unendlich Z von Minus-Unendlich aufintegrieren Und da wird der Winkel Alpha dann von Minus-Pi-Halbe über Null bis Plus-Pi-Halbe variieren Ja? Verstehen Sie das? So, jetzt haben wir einmal da die Geometrie Bei Plus-Pi-Halbe wird das unendlich Wir reden auch von einem unendlich langen Leiter Wenn das Z von Minus-Unendlich bis Plus-Unendlich integriert wird Dann ergibt es für die Alpha-Werte von Minus-Pi-Halbe bis Plus-Pi-Halbe Ja? Bei den uneigentlichen Integralen Hat man oft so Integrationsgrenzen Wo an der Grenze dann der Integrant ja gar nicht mehr definiert ist Das haben Sie ja immer, wenn Sie ein Integral von Null bis Unendlich zum Beispiel machen Was ist bei Unendlich? Das können Sie ja nicht einsetzen Sondern das wird über Limes-Operationen definiert Das sind die uneigentlichen Integrale, die Sie in der Mathematik kennenlernen Und wir verwenden das da natürlich Okay Noch irgendwelche Fragen? Sie sind an dieser Geometrie verständlich Das ist ja keine sehr komplizierte Geometrie Trotzdem muss man sie sich klar machen Dass man damit entsprechend rechnen kann Naja, Sie können mir noch weiter unterbrechen, wenn irgendetwas unklar sein sollte Jedenfalls, wir werden also jetzt da anfangen Das Bio-Savage-Gesetz hier konkret anzuwenden Ich schreibe es einfach von da oben einmal ab Dieses Bio-Savage-Gesetz lautet also in vektorieller Form B-Pfeil gleich Minus-Mu-Null durch 4Pi mal I Minus-Mu-Null durch 4Pi mal I Mal diesen Integral über die Kurve C Na, die Kurve C Das ist die Gerade da längs der Z-Achse Und da steht eben dann drinnen R-Minus-R-Kreuz-D-R-Pfeil Durch Trag-R-Minus-Groß-R Zur dritten Wie in drei Teufels Namen können wir das jetzt integrieren Aber wir haben schon sehr viele Goodies uns hier zusammengeschrieben die wir da jetzt gut verwenden können Das Erste, was wir uns da jetzt überlegen wollen ist, alle diese Strom-Elemente D-R-Pfeil zeigen in der Richtung der Z-Achse Und daher Das Erb-Pfeil ist ein bestimmter Vektor Das heißt, dieses R-Minus-Groß-R mal dr-Pfeil ist immer ein Vektor der da so in die Tafel-Ebene hineinzieht Da haben wir so ein db-Pfeil Alle diese db-Pfeile sind parallel und zeigen nach hinten Weil r-Minus-Groß-R Kreuz-D-R-Pfeil ist immer ein Vektor senkrecht auf die von den beiden aufgespannte Ebene und zeigt in die Tafel-Ebene hinein Wenn ich also den gesamten Betrag dieses Betrag-B-Pfeil uns mir jetzt ausrechnen möchte brauche ich nur die Beträge von den allen db-Pfeilen aufsummieren weil die eh alle in die gleiche Richtung zeigen Wäre das nicht so, wir sollten da genau aufpassen aber in dem Fall können wir sofort zum Betrag übergehen da spielt uns dann das Minus keine Rolle mehr weil Betrag ist immer etwas Positives also bleibt über µ0 durch 4Pi mal I mal Integral und jetzt wollen wir da einmal über Z integrieren von minusunendlich bis plusunendlich also von minusunendlich bis plusunendlich über Z und damit wir das ordentlich machen können wollen wir jetzt da alles entsprechend einsetzen also da haben wir zunächst einmal das ist dr betragsmäßig dieses Kreuzprodukt das ist der Betrag von dem mal der Betrag von dem mal der eingeschlossene Winkel der Betrag von dr-Pfeil ist aber dz der Betrag von r minus r das haben wir s genannt und jetzt kommt der Sinus des eingeschlossenen Winkels aber der eingeschlossene Winkel zwischen dr und r minus r das ist der Winkel da zwischen dr und r minus r der Winkel ist aber Pi halbe plus Alpha weil da haben sie wieder Alpha und da kommt noch ein Pi halbe dazu sehen sie das? ich glaube das sieht man schon das ist nicht so kompliziert also der eingeschlossene Winkel ist Pi halbe plus Alpha so haben wir also ein Sinus von Pi halbe plus Alpha und da haben wir schon das ganze Kreuzprodukt da drinnen jetzt ausgerechnet und was bleibt da unten stehen? ein absolut r minus groß r zur dritten ein s der dritten integral über dz von minus unendlich bis plus unendlich schauen Sie das hat schon ein bisschen was von seinem Schrecken verloren jetzt haben wir also die ursprüngliche Formel die ich Ihnen bewusst in voller Allgemeinheit hingeschrieben habe für den konkreten Anwendungsfall hier einmal umgeformt und jetzt müssen wir uns natürlich über dieses s ins klare kommen was haben wir da bei dem s na zunächst einmal können wir da ein s wegkürzen bleibt ein s Quadrat da unten im Nenner stehen und jetzt jetzt wollen wir da verschiedene Sachen einsetzen es gilt wissen Sie was das mache ich jetzt da herrinnen da habe ich noch so schön Platz da können wir ja noch ein bisschen was weiteres ausrechnen wo wir also da die Dinge die da drinnen stehen jetzt irgendwie uns ermitteln können das s das wir da brauchen diese Länge betragen r minus groß r das ist nichts anderes als r durch cosinus alpha weil cosinus alpha ist r durch s cosinus alpha ist ankathete r durch s hypotenuse ganz einfach mittelschule sehen Sie es also da heißt es s gleich r durch cosinus alpha und andererseits das z das können wir auch mit Hilfe des alpha ausdrücken das z ist r mal tangens alpha weil tangens alpha ist z durch r tangens alpha ist z das ist das durch r gegen kathete durch ankathete damit können wir übrigens das dz nach d alpha ausrechnen das r ist eher konstante r und wenn man den tangens ableitet kommt 1 durch cosinus quadrat heraus das ist so schaut mal nach dafür gibt es so verschiedene Tafeln wo man sowas herauslesen kann hätte ich jetzt auch sonst nicht auswendig gewusst muss ich ehrlich zugeben aber dafür gibt es ja Formelsammlungen die wären ja sonst umsonst wenn man das nicht hier und da mal nachschauen müsste also es kommt da ein r durch cosinus quadrat alpha heraus und damit können wir das dz ausrechnen das dz ist daher r d alpha durch cosinus quadrat alpha r d alpha durch cosinus quadrat alpha d z ist gleich r d alpha durch cosinus quadrat alpha und schauen sie jetzt haben wir viel das dz steht da das s haben wir hier den sinus steht dort den können wir sofort umformen wir haben alles was wir brauchen ist weiter gleich µ0 durch 4pi mal i mal integral aber jetzt werden wir nicht mehr über z sondern über alpha integrieren wir setzen ja statt dz ein r d alpha durch cosinus quadrat alpha das ist im wesentlichen eine Substitution wir haben substituiert statt z haben wir alpha substituiert wenn das z von minus unendlich bis plus unendlich geht haben wir schon besprochen geht das alpha von minus pi halbe bis plus pi halbe also haben wir da integral von minus pi halbe bis plus pi halbe und was steht da jetzt alles drinnen für dz schreiben wir ein r d alpha durch cosinus quadrat alpha also r d alpha durch cosinus quadrat alpha ja damit haben wir das dz wollen wir das klar machen dass sie sich da gut auskennen das dz dann haben wir da den sinus von pi halbe plus alpha schreiben wir zuerst das 1 durch s quadrat das 1 durch s quadrat aus dem nennen naja das ist cosinus quadrat alpha durch r quadrat das ist das 1 durch s quadrat cosinus quadrat alpha durch r quadrat jetzt haben wir das dz das 1 durch s quadrat jetzt kommt noch der sinus von pi halbe plus alpha das ist aber einfach der cosinus von alpha gut das ist so viel wie sinus von pi halbe plus alpha so jetzt heute kurz die luft an ist ihnen was unklar sind sie wo ausgestiegen kennen sie sich wo nicht aus ist irgendwas schleierhaft an dem ganzen genau das möchte ich ja vermeiden dass ihnen da jetzt was schleierhaft vorkommt sie sehen dass man mit dem ding wirklich rechnen kann und dass es keine schleierhaften sachen sind na gut dann schauen wir uns das näher an über alpha wird integriert da haben wir cosinus quadrat alpha da haben wir cosinus quadrat alpha das r geht gegen dieses quadrat da hier weg außerdem ist das r ja eine konstante Größe das ist das wo wir sitzen das heißt das geht vorsintegral das heißt was da jetzt herauskommt ist weiter gleich schon sehr einfach das ist gleich µ0 durch 4pi mal i dann haben wir wenn wir das r gleich herausholen aus dem integral weil es ja eine konstante ist dann haben wir mal i durch r µ0 durch 4pi mal i durch r und jetzt schauen sie einmal was bei dem ganzen überbleibt ist eigentlich sehr bescheiden was da überbleibt das integral von minus pi halbe bis plus pi halbe einfach von cosinus alpha d alpha cosinus alpha d alpha das ist weg das r geht nach vorne schauen sie noch was da leicht rauskommt jetzt haben wir das so weit dass wir da ein trivial integral haben denn den cosinus wenn man integriert kommt der sinus heraus weil sinus differenziert wieder den cosinus ergibt also der sinus und der sinus alpha von minus pi halbe bis plus pi halbe ist der sinus von pi halbe minus der sinus von minus pi halbe der sinus von pi halbe ist 1 der sinus von minus pi halbe ist minus 1 sagen wir 1 minus minus 1 und das ganze großartig da ist 2 das ist wie man dann bei der integriererei auf so komische Faktoren aufkommt diesmal ist es nur ein Faktor 2 aber diese integrationen liefern dann manchmal 8 pi fünftel oder so irgendetwas oder irgendwas mit e e pi und irgendwelche einfachen zahlen das erkämpft man sich durch das integrieren in dem fall ist es besonders einfach und das kriegen wir letztlich heraus meine damen und herren µ0 durch 4 pi mal 2 ist µ0 durch 2 pi mal i durch r und das ist der Betrag von b und das haben wir da oben auch stehen und zwar für den Außenraum für r größer gleich r0 µ0 durch 2 pi i durch r doch nicht schlecht und sie sehen dass man auf diese Art und Weise durch konkrete Anwendung des Biosavarschen Gesetzes hier tatsächlich die Felder korrekt ausrechnen kann und sie sehen auch ganz konkret wir haben jetzt aufintegriert und bedenken sie wir hatten da ursprünglich das Biosavarsche Gesetz mit einem r minus r durch r minus r der dritten also eine solche 1 durch r Quadrat Abhängigkeit aber beim integrieren hat sich das dann so ergeben dass wir letzten Endes wieder eine 1 durch r Abhängigkeit bekommen sehen sie das das ergibt sich dann dadurch dass es ja keine isolierten kleinen Stromelemente geben kann sondern dass man sie natürlich zu einem ganzen Leiter aufintegrieren muss sonst kann ja gar kein Strom fließen und daraus ergibt sich das dann dass man da wieder eine 1 durch r bekommt indem man da einfach aufintegriert na gut soweit zu diesem Biosavarschen Gesetz und jetzt möchte ich nicht zu üppig sein ich hätte jetzt noch gern die lang gestreckte stromdurchflossene Spule gemacht die müssten wir jetzt auf morgen verschieben also die Spule und dann den kreisförmigen Stromleiter den verschieben wir auf morgen was irgendwie schade ist weil morgen gibt es wieder etliche Experimente es kann uns passieren dass wir gar nicht alle Experimente morgen durchbringen aber es gibt ja noch einen weiteren Tag dann kommt jedenfalls alles durch bitte es gibt keinen Innenraum es ist ein dünner gerader Stromleiter ja ok also wenn sonst jetzt keine Fragen sind dann stelle ich fest dass ich eine Minute vor Viertel heute aufgehört habe und also nicht sofort wieder darauf zurückgegriffen habe dass ich sie schon wieder quäle mit Überzeiten und wir sehen uns wieder morgen danke ich hoffe